Schuhbecks Gewürzladen in Altötting Besuchen Sie gerade in der Weihnachtszeit Schuhbecks Gewürzladen in Altötting, direkt am Kapellplatz. Einer von Deutschlands schönsten Grisskindlmärkten, der traditionelle Grisskindlmarkt Altötting. Er freut sich über die vielen Besucher, die seit der Eröffnung nach Altötting kommen. Durch die verzweigten Gassen finden viele kulinarische Spezialitäten und Geschenke für das große Fest. Gut einkehren lässt es sich bei Peter Mayer von Mayers Winterzauber mit seinem reichhaltigen Angebot für jeden Geschmack. Klassik natürlich von gebrannten Mandeln über Schokofrüchte. Ich glaube, wir sind seit dem zweiten Jahr mit dabei. Unsere Heißgetränke selbstverständlich. Wir haben eigentlich alles da außer Kaffee. Kaffee bleibt bei den Konditoren oder bei den Bäckern vor Altötting. Und das ist auch richtig so. Aber was ganz gut läuft heuer rein bei uns ist der heiße Aperol. Weißbier aus der Firma Gramming verkaufen ganz gut. Helles Weihnachtsbier von der Firma Hell ist auch momentan der absolute Renner. Und heißer Kalbi, roter Glühwein, Feuerzangenbohle natürlich unser Ding. Unsere Grillhütte läuft wieder wunderbar. Eine Rehbratwurst seit letztem Jahr ganz neu mit dabei. Wir sind sehr zufrieden, es läuft sehr gut. Besuchen auch Sie den traditionellen Altöttinger Grisskindlmarkt. Und nicht vergessen, bei Meyers Winterzauber, da warten auf Sie köstliche Glühweine, leckere Süßigkeiten, gebrannte Mandeln und natürlich die herzhafteste Bratwurst vom ganzen Grisskindlmarkt. Naja, wir sind zumindest die Einzigen, die was über einen Holzkohlegrill machen. Und das hat sich mittlerweile etabliert. Was tut der Deutsche ganz gern? Natürlich mit Holzkohlegrillen. Und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Zahn der Zeit. Und ja, passt. Besuchen Sie gerade in der Weihnachtszeit Schubecks Gewürzladen in Altötting direkt am Kapellplatz. Und ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! playing Entertainment